Hier war ne Base. Yo, stimmt. Wir haben alles mitgenommen. Hallöchen, willkommen zurück zu Bloody Cave. Wir werden jetzt den spannenden Gang entlang gehen und schauen, ob wir auf Gegner treffen. Schauen wir mal. So, muss ich früher vorher das D-Schwert machen? Macht vielleicht mehr Sinn, falls wir auch nicht treffen? Besser ist das, ne? Komm, lass mal schnell machen. Ein Stück craften. Zwei Diamanten und dann D-Schwert. Zack, 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 zack. So. Die zwei Dias kriegst du und die Hälfte der Emeralds kriegst du auch. Hm, ich bin reich. Ich hab so ein paar wichtige Sachen aus der Truhe mitgenommen, ne? Ach, Flint. Wir kriegen, glaube ich, vielleicht noch ein Emerald. Ich weiß nicht, wie viel Flint. Ich glaub, zehn Flint war ein... Ja, zehn Flint war ein Ding. Jetzt haben wir noch ein... Ah, ne, Redstone bringt Flint nur. Aha. Egal. So. Komm mit. Wo ist der Gang? Oh, das sieht schön aus bei dir. Ah, nice, ne? Ups, falsche Richtung. Gang, 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 gang. Hier müssen wir hoch. Ja. Oh, geil. Jetzt können wir uns wieder hier durchkämpfen. Wieder schön Sachen fahren. So, hier hoch war das. Das ist nicht ganz nice, dass die alles fahren. Das ist das Gute an den Höhlen. So, wenn du jetzt, ähm... Diesen Weg, den wir vorhin gegangen sind... Ah, ne, hier ist nur ein Skelett. Da. Warte. Zack, so. Aber die Äpfel hab ich nicht doch, die Äpfel hab ich auch. Gut. Ähm, genau, da hoch. Hier. So, jetzt muss ich jetzt mal überlegen. Äh. Jetzt müssten hier gleich wieder ganz viele Monster kommen, weil hier so viel Platz ist. Oh, Spinner haben wir schon. Ähm. So, jetzt müssen wir... Warte, hier, den Creeper nehm ich noch mit. Oh, ich dachte schon, jemand anderes hätte geschossen, Alter. Voll erschrocken. Ja. So. Ich hab nur die Sachen eingesammelt. Das Schießpulver auch ein... Warte, muss ich mich noch kurz meinen... ...meinen Lava-Eimer ins Inventar packen? Okay, dann bereit. So. Ja. Ähm, ja, hier können wir auch runter. Zack. So. Den Creeper hab ich noch eliminiert. Den Zombie eliminier ich auch noch. So, und jetzt war das irgendwo so ein riesiges Loch war eben. Ja, ich glaub, hier unten war das. Ja. Komm mit, hier. Ja. Warte, den will ich auch noch mitnehmen. So, das ist auch nochmal hier. Bares Geld. So. Wenn wir jetzt hier runtergehen... Pass auf, hier geht das richtig tief runter. Okay. Wie bist du hier wieder hochgekommen? Ich hab mich hochgebaut. So, und wenn du jetzt hier lang gehst... Okay. Ähm, hier war irgendwo der Gang. Ja. Ich weiß nicht, ob das in die Richtung war oder die andere. Ne, das war hier. Warte. Äh, ich bin grad so konzentriert, weil ich grad versuche, diesen Gang zu finden. Ja, muss ich den will ich auch merken. Bitte. Ja. Ich hab die Kode übrigens hier übersehen. Aber hier wurde auf jeden Fall gefarmt. Vielleicht finden wir einen Weg zurück. Den müssen wir hier irgendwie wieder zurückgegraben haben. Hier oben bin ich. Was ist das, was ich meine? Ja. So, und wenn wir jetzt, ähm... Ich hoffe, du findest den Weg zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind, Alter. Ja, ja, hier ist das Loch. Und hier, genau, hier, oder hier müsste der Gang sein. Ja, hier ist der Gang. Wenn wir jetzt hier lang gehen. Ja. Hier. Oh nice, komm, vollwärts. Hier ist aber noch Kode, da hat jemand Kode liegen lassen. Was, lass mich kurz Kode nehmen. Ach nee, das ist sogar ein anderer Gang. Fällt mir grad auf. Der andere war so ziemlich verwinkelt. Okay, langsam wird's creepy. Wenn ich schon das, äh, endet auch hier. Also hier, wo die Mauer ist, da ist Ende. Ja, die sind auf jeden Fall hier durchgegangen. Und jetzt müssen wir gucken, ob sie hier nach links oder rechts gegangen sind. Ja. Mal gucken, wie sie, was hier so ist. Ja, das sieht gar nicht aus, als ob das Wasser aus einer Quelle kommt. Oh doch. Zack. Nee, hier ist, hier geht's nicht weiter, leider. Gut, dann sind sie in die andere Richtung gelaufen. Ja, hundertprozentig. Ich wäre aber auch nicht in Richtung Wasser gelaufen. Alter, wer war denn hier? Das interessiert mich wirklich. Wer war denn da? Wir müssen nur zu diesem riesigen Loch hier zurückfinden. Oder die sind vielleicht nach unten gegangen. Können natürlich, aber da unten ist Lava und alles. Da sind die nie im Leben runtergegangen. Also wenn wir da reinfallen, ne, das ist vorbei. Da ist aber auch kein Gang in irgendeine Richtung, glaub ich. Pass auf, wir sind, äh... Ja, wenn ich, ich darf... Pass auf, nicht da reinfallen, ne? Ja, hallo! Benutzt nicht das Gliasschwert. Das brauchen wir noch, vielleicht geht das irgendwo. Ja, dann bräuchte ich schon nicht, aber das Problem ist... Oh, drei Skalte. Boah. Jo, Lixxer. Lixxer. Betreiber. So. Wo sind wir überhaupt jetzt und, äh... Also ich weiß nicht, wo wir sind. Also ich weiß, wo wir sind. Ich weiß aber nicht, wo die Gegner sind. Warte, hier hat sich jemand hochgebuddelt. War ich das? Ne, ich glaub, das war ich letztes Mal. Hier ist der Gang, den ich meinte. Das ist der andere Gang hier. Nein. Wir sind doch alle näher, als wir dachten. Guck mal, hier runter. Wenn du hier runter gehst, kommst du irgendwann nur zur Wand. Hier da vorne ist die Wand. Okay. Das heißt, hier sind zwei Teams auf jeden Fall drin gewesen in dieser Hülle. War. Da hast du recht. Das ist eine gute Schlussfolgerung. Jetzt müssen wir zurück zur Base, sonst wird's knapp. Ja, ich würde nur gucken, ob die hier nach oben gelaufen sind. Ich denke mal, vielleicht haben sie es auch zugebaut hier irgendwie. Wenn die hier irgendwo in der Eckechen... Doch, die können das gebrannt haben. Sind sie sicher? Ich trau denen hier alles zu. Oder die sind direkt an die... Oder direkt danach hinter... Glaube ich nicht, Alter. Komm. So viel Müll machen die sich nicht. Machen wir doch auch nicht. Na, wir haben auch einfach anderen Stein genommen. Aber irgendwo hier müssen die sein, ohne Witz. Ohne Witz. Ja, das ist nicht schützig. Ohne Witz. Ich hab immer noch das Gefühl... Ich hab Angst. Ja, doch, 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 alles gut. Hier, siehst du? Hier sind wir schon wieder. Ich will da runter. Ich falle, wetten, runter. Warte, geh weg. Wie müssen wir jetzt hin? Du musst einfach nur hoch. Ich will da runter. Ich muss einfach nur hoch. Ich muss hoch und du musst runter. Ich will da runter. Ich will gucken, ob da irgendwer war. Da war niemand, komm. Ich schwöre dir, da war... Ups. Da ist auf jeden Fall ein Creeper. Ich glaube, da ist der Base. Was? Ich glaube, da hat sich jemand mal lang gebaut. Nee. Okay, da ist gar kein Gang. Gut. Dann ist da doch keiner runtergegangen. Das war denen auch zu riskant. Aber wo können die hingegangen sein, wenn die in dieser Höhle waren? Das ist eine gute Frage. Hier oben ist Lava. Hier oben ist ein Trepp. Hast du die hier gebaut? Ja. Das ist ein Skelett. Pass auf, dass das Ding dich nicht in die Lava-Box... Und ein Wassereimer, also alles gut. Ja. Hier könnte auch eine Base gewesen sein. Weißt du, was ich meine hier so in der Nähe? Stimmt. Das ist eigentlich eine gute Stelle. Ja. Da hinten... Nee, ich sehe aber nichts auf die Schnelle. Ich will da hoch, aber ich weiß nicht wie. Warte, ich glaube... Was passiert, wenn ich das hier so mache? Von oben. Null. Oh, Creeper. Hab ihn. Wow, ich brenne. Nein. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich brenne. Ich werde aber nicht sterben. So. Hab den... Den... Heslon. Lass uns bitte abholen hier. Ich will hier nicht mehr bleiben. Du viele böse Viecher hier. Warte. Ich hab die Lava zugebaut, wir können hier oben lang. Achso, loih, hier kommt man hier hin. Hätte man mir auch sagen können. Wo bist du? Hier, direkt neben dir. Da, wo wir reingekommen sind damals. Okay. Wohin geht's? Guck mal, hier kommen wieder eine Million Zombies. Nee. Boah. Guck mal, wie viele. Ja, geht ab, wieder. Action. So. Oh, es ist gleich, hallo. Hast du dich hier hochgegraben mal? Nö. Dann könnte hier oben vielleicht eine Gegnerwesen sein. Wo bist du? Hier oben. Doch, das war ich, glaube ich. Ja? Bist du so tief reingegangen? Weiß ich nicht mehr. Du weißt gar nicht, wo wir überhaupt sind, Alter. Ich schon. Ich muss dieses... Hast du dieses da, 17 Rottenflash? Hast du noch ein Stake für mich sonst notfalls? Du weißt, wo wir sind, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind, Mann. Doch, dafür habe ich genug Minecraft gespielt. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind, Alter. Ich habe was gefunden, ich habe was gefunden. Komm mal, wo bist du? Ah, nein. Warte. Hast du Cobblestone? Ich habe noch 64 Cobblestone. Ich mache uns mal wieder einen Weg, ne? Was hast du denn gefunden? Hier, komm her. Hast du was zu essen? Ja, ein Stick. Was vernünftiges? Kannst du mir das geben? Ja, ich muss das eigentlich auch essen, weil sonst bin ich auch tot. Ja, dann esse ich dieses verrottete Fleisch. Komm mal mit. Ich glaube, wir haben eine Base gefunden. Ja. Ja, guck mal hier rechts. Ja. Und guck mal geradeaus durch. Das geht nicht Richtung Mauer. Ja, okay. Das stimmt. Hier war eine Base. Jo, stimmt. Wir haben alles mitgenommen. Hier ist Holz. Wir haben eine Base gefunden. Ist noch irgendwas in den Öfen? Lol. Wir müssen gleich zurück. Die bauen sich hier lang. Okay, wir müssen... Ich weiß, wo wir nächstes Mal lang gehen. Wo bist du? Da bist du. Komm, wir müssen zurück. Wir haben nur noch 5 Minuten. Ich weiß. Okay, wir müssen in die Richtung nachher. Dahin müssen wir nachher. Dahin. Nächste Folge. Da haben sie sich angebaut, oder? Ja. Die bauen sich chronologisch weiter. Gut. Achtung, Sommigen. Gut. Ich würde mal sagen, das wird ein... Wir haben eine Base gefunden. Hey. Das ist schon mal geil. Die sieht... Die sah ordentlich aus. So. Hier sind übrigens unsere Kobbelstor und Dinger. Das heißt, wir müssen... Ja, ich muss in die Richtung. Zack. Und da ist die Flagge. Meine wunderschöne... Meine wunderschöne Beautiful Flagge. Ja. Wir nehmen nochmal dieses ganze Rotten Flash mit. Zack. Sehr nice. Wir brauchen Essen, Alter. Ups. Mein Scheiß. Wo müssen wir lang? Aber wenn wir nächstes Mal die Base auseinander nehmen... Dann können wir da ja alles. Wir müssen aufhören zu kämpfen, glaube ich. Ich glaube, ich gehe jetzt direkt einfach instant nach Hause. Komm. Das Diash hält mega viel aus. Bist du schon mit den Zombies kämmen und Schaden? Nein, das darf ich nicht weiter essen, so. Ja, wir müssen trotzdem los, weil unsere Zeit langsam abläuft. Okay. Unterwegs. Yo. Das heißt, wir machen das nächste Mal so... Ähm, dass wir uns... Ja, ich kann die Übersicht behalten in so einer Höhle. Awesome. Zack. Schön, dass es wieder Monster gespawnt. Hm. Das ist das Beste. So. Und zack. Ich nehme aber das komplette Feld auseinander, ne? Oh lol. Der Latsch bei uns auf dem Feld rumgeflieb. Oh. So. Ich guck mal, ob die Kuh erwachsen geworden ist. So, mal gucken. Sieht nicht so aus. So. Ne, die ist immer noch klein. Gut. Hast du die Äpfel genommen? Ja, ich habe die Äpfel schon weggenommen. Mhm. Oh oh. Also essentechnisch, wir sollten jetzt nicht mehr die ganzen Zombie-Dinger verbraten, sonst haben wir nachher nichts mehr zu essen. Ja, 18 Stück haben wir... Die habe ich jetzt in die Kiste gepackt. Ich tue auch mal welche in die Kiste. Ich habe noch... Ich habe... Ich habe noch 11, ähm... Ich mache uns jetzt hier ganz viel Brot. Also wenn wir die... Ähm... Wenn wir das so machen, dass wir nächstes Mal... Also Samen habe ich auch noch ganz viele. Ja, die habe ich ja alle. Ja, wir haben ganz viele davon. Aber wenn ich letzt... Wie, ähm... Wir machen das so. Wir versuchen nächstes Mal direkt auf diese Base zu gehen. Um das Feld von denen zu räumen. Und dann laufen wir instant zurück und bauen alles an, was wir finden können. Ist das ein Deal? Okay. Hast du Knochen? Wenn ja, gib alles her. Ja, habe ich. Knochen wieder draus machen, ne? Ja, und alles herwerfen. Habe ich hinter dir geworfen. Danke. So. So. Das heißt, ich habe 24 Weed. Das sind 8 Brote. Ja. Das ist schon mal gut. So, warte hier. 4 kriegst du. Eigentlich wollte ich die einlösenden Dingens. Für... Naja, ich weiß. Aber wir müssen jetzt auch eigentlich auf unser Essen aufpassen. Du hast mir keine 4 gegeben. Hä? Achso. Die hast du wieder eingesammelt. Okay, warte hier. Das Rotten Flash, ähm, verkaufe ich mal, ne? Ja. So. Noch ein Emerald. Lass uns noch ein bisschen was. Ne, 2 habe ich noch. Okay. Ich habe auch noch ganz viel in der Kiste gepackt, also das passt. Oh ja. Gut. So. Alles rausnehmen aus der Kiste, was wir brauchen. Und dann? Ach ja, gut. Vom Cobblestone kann ich noch... Ich glaube, ich kann uns noch ein paar Sachen machen. Eine Minute haben wir noch. Hast du noch Cobblestone? Wenn ja, wirf mir mal alles her. Ja. Ähm. 64 Cobblestone. Oh, nice. Und noch ganz viel Kohle, also ich kann uns auch noch ganz schnell, äh, Maragde machen. Ja, das ist auch gut. So, ich kann uns auch noch ein Smaragde... Ne, mir fehlt genau ein... Ha, mir fehlt genau ein Redstone. Habe ich nicht. Die Augen, die Fackeln. Ich habe jetzt, äh, elf Smaragde. Yo, ich nehme jetzt noch dieses Diorite mit. Okay. Ich habe noch 10 Schießpulver, ja. Ja, wir brauchen 16 Schießpulver. Okay, ich würde mal sagen... Okay, 10 Sekunden. Ja. Oh, ging ganz schön ab diesmal. Wir haben also... Die Base werden wir jedes Mal, nächstes Mal auf jeden Fall ausräumen. Dafür. Ja. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschödelü!